Zehn Jahre Konzeptwerk, das sind für uns zehn gute Gründe zum Feiern, zum Innehalten und auf unsere Arbeit zu schauen. Wir stehen für eine neue Wirtschaft. Von allen, für alle, ökologisch und sozial. Ziel der Wirtschaft sollte sein, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Davon sind wir derzeit meilenweit entfernt. Die Wirtschaft ist instabil und undemokratisch. Sie erzeugt Reichtum für wenige, aber Armut für die allermeisten. Und sie zerstört unsere Lebensgrundlagen. Daher schaffen wir Räume, in denen Alternativen zum kapitalistischen Wirtschaften diskutiert und ausprobiert werden können. Wie zum Beispiel auf der D-Growse-Konferenz 2014 mit über 3000 Teilnehmenden hier in Leipzig. Hilfe uns weiterzumachen. Spende jetzt das Konzeptwerk oder noch besser, werde Förderin und unterstütze uns regelmäßig. Danke!